Was? Wo der mit mir gecampt hat oder was? Ja man Ach geil Wie er mit seinem scheiß Stuff da ankommt und denkt so Ja man, den klatsche ich auseinander und dann Ja mit seiner Sprungkraft, Zauber, alles Okay warte Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sky Boss Heute mit Rattoos Ja Moin, was geht Bruder Und das Video gestern, wie fandest du das Video so gestern? Ne sag es mal Da war gerade am TS Ich blende euch mal kurz ein Beweisfoto ein Leute, wartet mal kurz Ey wieso war der gerade am TS, ich verstehe das nicht warum man gerade drauf konnte Es ist gerade jetzt fast 21 Uhr Leute Wir nehmen jetzt noch gerade auf Du sagst scheiße, weil du scheiße bist Ist ja echt so Ne, also gestern im Video habe ich nochmal ganz deutlich alles angemerkt, was ich zu sagen hatte gestern Also ich habe da wirklich alles erzählt wegen Surex, was alles passiert ist und so weiter Habe ich gestern alles angesprochen hat Ja man, habe ich alles gestern im Video gesagt Damit er das einfach, ich habe alles erwähnt Hast du, oder habe ich was vergessen? Ich habe gesagt, dass du der neue Techniker bist und Rami auch Jaaa Er friert sich freut Wollt ihr nicht mehr? Ich habe gerade vor Freude zwei Helme Echt jetzt? Die nimmst du dich mal an, oha Das merke ich mir Das merke ich mir so hart Du nimmst dich mal meine Brust hier Das, 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 das Hier, Hallo Die Türke Da Was denn? Warte was, ich glaube da kommt jemand Bin ich nicht, aber okay Stop, stop, stop Was soll diese Aussage jetzt auf einmal Was denn? Ist egal, vergiss das einfach Du Türke Hä, bin ich gar nicht Du stinkst nach, äh Nach, nach, äh Ne, Fisch, Fisch, äh Fisch Salat Fisch Salat Fisch Salat Fisch Salat Fisch Salat, so Ich kann nicht ausspringen gerade Du stinkst nach Durex Ne, nach Fisch Fisch Salat Fisch Salat Fisch Salat, Alter Eierkrawler, sneak doch EierkrawlerLP24.de Nein Spaß Die neue Website von Eierkrawler24.de, Leute Geht mal alle auf die Website drauf, Leute Das ist meine neue Website Nein Spaß Ach, Eierkrawler bis da oben? Ja Warum sagst du mir nix? Warum sagst du mir nix? Egal, da sind zwei Leute Klatsch stehen Das ist der dritte Junge Junge Wenn ich den nicht bekomme, dann bin ich behindert Okay, hab den Halbes Herz Ich weiß nicht, wie auf einmal Surex hier auf dem TS gejoint ist Obwohl wir den eigentlich gebannt haben Hier haben wir auch Ganz klein Video gesagt, wir werden ihn bannen Haben wir eigentlich gemacht Aber Wenn er meint hier mit VPN oder so Irgendwie Connecten zu müssen Der hat auch gehackt Der hat auch gehackt Der hat auch gehackt Der hat auch gehackt Im Haus ist einer Wir wollten auch schon mal einbannen Oh lol Als ob da ein Supporter Oder Mod glaube ich ist das Drinnen ist Ja im Haus ist echt einer Wir haben letztes Mal auch schon einen gebannt Aber irgendwie, keine Ahnung Er hat dann halt es ausgenutzt Und hat dann mit VPN nochmal Meinte hier mit VPN wieder drauf kommen zu müssen Also das ist echt lächerlich Also wenn er sowas macht Lächerlich was es heutzutage schon alles gibt Wir haben schon Ich und noch einer Haben schon seine IP gescanht Und so Wir haben seinen Wohnort rausgefunden Telefon nochmal sind wir noch am Arbeiten Was? Ja wir haben Wohnort mit Hausnummer alles gefunden Mit Hausnummer Ja man er schon ne Ey Er hat sich kann alles machen hier ne Also er kann Ja man Er wollte ihn sogar schon Ey pass auf Er wollte ihn sogar schon anzeigen ne Ja ich wollte ihn anzeigen Ja man Ich suche jetzt nach seine Ne also wenn er wirklich Ich glaube er will halt nur Geld abziehen Das finde ich auch das lächerlichste an ihm halt ne Weil dafür bekommt man ja gar nichts Also er kann ja nicht mal ein TS einrichten Wir haben es ja selber gesehen Ach logisches Hey Ho Willkommen hier zu einem neuen Video von mir Ich bin es der logische Hey Ho Typ Tschüss logischer Hey Ho Typ Tschüss Junge Hä Als ob der nichts gemacht hat Wo du da drauf Das war der logische Hey Ja das war der logische Hey Ich dachte der stormt dich Das war der logische Hey Ho Typ Logisches Hey Ho Ok ne war zu laut Alles klar Kann ich das Nee das war gar nicht so Oh mein Gott Guck mal da ist noch Junge 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 Das ist einfach so Ist echt so alter Das ist einfach so ein Abgrund Ja der Abgrund von Bikini Bottom Alter Weißt du noch Da fährt dann der Fährte Da fährt dann der Bus runter Und kommt nie wieder rauf Kennst du das? Oder Also wir nehmen Bikini Bottom Und schieben es woanders hin Ist so Bruder Da liegen Dias Nein Ja Bruder Was? Bruder Oh mein Gott Bruder was war das? Keine Ahnung Das war irgendwie ein Bug oder so Was ist das du Junge Ich dachte da ist halt Guck mal was ich da gemacht hab Oh Mann ne das bin ja nur ich ne Ja Junge Ich dachte da einer hat sich mit Der ist in der Mitte Der ist in der Mitte einer Ich hab das deckt sich jetzt ganz hoch Was schippt euch das? Ender Perle Digga Ich brauch Wasser einmal Ender Perle Achtung 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 Wo ist der? Kommt hier gerade Ist der schon da? Ist so da oben Ich bin oben Ich bin oben Ja der hat halt besseres Equip als ich halt ne Oh Mann Eierkrauler nein Kriegst du den? Oh mein Gott als ob Ja immer verliere ich ne Sieben Gold Äpfel Was? Na gut ich schau dir mal Ich schau jetzt in meinen kleinen Rad durch Ach der kommt Alter der eine Typ kommt da Hau dir so viele Gold Äpfel wie es geht rein alter Ach das ist der letzte Das ist der letzte Ja der letzte man deswegen sag ich doch gerade Er gewinnt wahrscheinlich schon wieder Minimi Checker Eh Minimi Checker Verarbeitet ne haben wir ja herausgefunden ne Das haben wir ja herausgefunden ne Das haben wir ja herausgefunden ne Also das Wenn das stimmt Also ich weiß ja nicht ob das stimmt Aber es kann ja gut sein Weil Minimi Checker ist ein Huhn Heißt Er wird zu Chicken Nuggets verarbeitet Ja wow bringt ihm das jetzt viel Oh oh Nein mein Wasaiber Mein Wasaiber Achso Äh Was hatte der Was hatte der für ein Schwert Hä wow Was hatte der bitte für ein Schwert Keine Ahnung Hm Oh dieser Autotext Leute ich feiere den übelst Ok gut Leute ich würde eigentlich schon sagen Das war's mit dem Video Leute heute noch ein kurzes Video Habt ihr heute schon ein Video gesehen Und ich würde schon sagen bis zum nächsten Video Leute macht's gut und Tschau Tschau Ich nehme jetzt gerade auf Guck mal was der ein bisschen tapfer hat Er fällt gleich hier runter Oh 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 man Oh Oh man Ja Oh 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 Oh